Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei uns im Garten Gemüsekiosk. Habt ihr das eben im Intro gesehen? Jede Menge Jungpflanzen. Habt ihr auch Lust auf ein paar Jungpflanzen? Wir haben ein paar über. Am Sonntag, den 6. Mai, gibt es eine tolle Veranstaltung in Erftstadt bei Köln und der Sascha hat sich da richtig ins Zeug gelegt. Also der Sascha von SafeBio, kennt ihr ja bestimmt, hat sich richtig ins Zeug gelegt und mit den Organisatoren zusammen überlegt, gemacht und getan und uns Garten-Youtubern die Möglichkeit gegeben, dort vor Ort aufzuschlagen. Und nicht nur, dass wir uns alle mal untereinander selber treffen und sehen, wir haben auch jede Menge Jungpflanzen im Gepäck. Also nicht nur wir, sondern die anderen auch. Dabei sind ganz viele Garten-Youtuber, wie der Florian, der Ralf hat gesagt, dass er kommt, die Nadja, die Laura wird dabei sein, der Sascha ist dabei, der Max kommt natürlich auch und noch einige andere mehr. Also vielleicht sind ja auch noch ein paar der beiden, die ihr bisher noch nicht kennt. Lasst euch den Termin nicht entgehen, es lohnt sich definitiv. Das Umweltzentrum Erftstadt hat nicht nur uns Garten-Youtubern-Platz eingeräumt, nein, es gibt auch noch ein ganz großes Rahmenprogramm für Familien, für Kinder, es lohnt sich definitiv. Soweit ich das mitbekommen habe, ist der Ort nicht so gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, man braucht schon ein Auto oder sich so ein bisschen zusammenzuschließen mit anderen. Die ganzen Infos dazu schreiben wir euch in die Infobox, also wo ihr weiterkommt, aber die aktuellsten Infos und die Gesamtinfos bekommt ihr beim Sascha von SafeBio, denn der hat sich ja eben, wie gesagt, ins Zeug gelegt und jede Menge organisiert. Wir freuen uns auf jeden Fall, wir haben Tomaten dabei, wir haben diverse Auberginen, nein, wir haben diverse Tomaten und Auberginen dabei und Paprika und Physalis und auch einiges anderes mehr. Unser Kochbuch werden wir auch mitnehmen. Wir freuen uns auf jeden Fall, das wird ein toller Tag. Der Hund meldet sich gerade. Die Sonne soll scheinen, wir sind total gespannt, auch uns untereinander mal zu treffen. Wir kennen auch noch nicht alle, euch zu treffen und bleibt nur noch zu wünschen, dass der Wetterbericht recht hat, die Sonne scheint und es ein ganz toller Tag wird. Also kommt einfach vorbei, macht euch schlau, schaut mal unten in die Infobox und dann sage ich mal bis Sonntag. Macht gut, tschüss!